Tja, was haben wir hier? Eine der größten Versammlungen von Spejkogon in der dänischen Insel Welt. Offensichtlich eine Segelschule, die Ditte, die Namnam, die Miuk, die Green Pearl und zum guten Schluss die Nana Spejkogon Racing. Aber wer glaubt, dass das nun alles ist hier auf Samse, der irrt sich, denn wir gehen auf die andere Seite des Steges und finden dort eine Family. Namenlos und noch eine Racing Version. Und wenn wir dann zurückgehen, sehen wir noch hier zwei Prachtstücke. Die Grog links und Ella. So, mehr gibt es aber hier wirklich nicht. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.